Glück bedeutet für mich, dass halt alle zufrieden sind, dass das mit der Familie läuft, dass ich entspannen kann. Also am liebsten fahre ich alleine mit Musik-Inliner, weil dann ist der Kopf frei und ich kann mich halt einfach aufs Fahren konzentrieren. Dann ist das so ein Feldweg mit asphaltiertem Radweg. Eine schöne Landschaft hier in Pannenburg. Ich wollte auf alle Fälle einen Job haben, der halt auch langfristig für Familie geeignet ist. Also wo ich am Wochenende nicht unbedingt arbeiten muss, wenn es nicht sein muss. Tagsüber arbeiten, nicht so spät abends arbeiten. Wir kochen gemeinsam am Wochenende oder wir, weiß ich nicht, mit den Kindern mal auf den Spielplatz gehen oder wir fahren auch gemeinsam in Urlaub. Das ist halt mein Leben mit meiner Familie. Okay. Bye. 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 Bye.